Am Schluss sollte jetzt eigentlich Shilan Shakir aus Südkurdistan, also aus Baschur, sprechen, von der kurdischen Frauenbewegung Grejak. Sie konnte aber nicht kommen, weil sie kein Visum bekommen hatte. Deswegen haben wir jetzt die Neji Bekeredachige gebeten zu sprechen. Sie ist eigentlich als Journalistin hierher gekommen, um über die Konferenz zu berichten. Und sie ist jetzt spontan eingesprungen. Herzlich willkommen. Sie kommt ursprünglich auch aus Zilemania, also aus Südkurdistan und arbeitet viele Jahre als Journalistin. Sie hat lange geschrieben für eine Zeitung und arbeitet jetzt schon seit langer Zeit für das kurdische Fernsehen. Zuerst für Media TV, dann für Roj TV. Die verschiedenen kurdischen Fernseher wurden ja verboten. Momentan arbeitet sie für Sterk TV. In Südkurdistan haben wir ja eher ein neoliberales System, also das sich vor allem auf den Ölreichtum stützt und eng verbandelt ist auch mit der Türkei. Die Bevölkerung ist dort überwiegend passiv und unpolitisch und auch abhängig von diesen beiden, man kann sagen, feudalen Organisationen der KDP und der Jeneke, die dort sind. Frauen haben dort eigentlich kaum eine Stimme und wir fragen jetzt Herr Walla, wie ist die Situation dort? Wie kann sich dort etwas ändern im Dilemma zwischen Freiheit und Staat? Vielen Dank. 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 , dass Saddam Hussein in 100,000 Menschen mit den Kurschen und den Kurschen und die Menschen mit den Kurschen haben. Nach dem Jahr 1909, in der Sala-Darie der Partie, haben wir nicht einen Modell für den Nutzern gehalten, sondern wir nicht in die Stadt der Regierung. Also, die die Menschen in der Regierung, die die Menschen in der Regierung sind, die Menschen in der Regierung sind, die die Menschen in der Regierung sind. Wenn die Kurdistan-Kuris-Stanien nicht mehr verletzt, dann ist die Statistik, die die Statistik im Sprechner festgestellt hat, die Menschen in der Menschen nicht wie sie in den Menschen. Sie sind in den Menschen und ihre Menschen mit den Menschen so gelassen, sie sind in den Menschen einen Tag. Sie sind in diesem Jahr, in diesem Jahr, sie sind in den letzten Jahren und in den letzten Jahren will ich sagen, dass die God-Liefer-Krise in Afghanistan Und in Afghanistan, die Afghans sind die Aufmerksamkeit und die soziale Medien, die sich in den Medien befinden. Und wenn wir diese Frage stellen, dann können wir die Aufmerksamkeit, die die Afghans-Gruppe, die die Afghans-Gruppe, in der Kameraden und die Aufmerksamkeit haben, und das war der Protest auf der Karte. Ich möchte, dass ich nicht mehr als die Menschen auf die Menschen, die Tysik und die Sosial Media habe, dass die Menschen, die ein paar Menschen mit dem Karteien zu bekommen, der sie die Menschen zu bekommen, in der sie die Menschen auf den Karteien von der Fakun-Den-Aufgann-Stan, die wir in der Karteien von der Fakun-Aufgann-Stan haben, die wir in der Karteien von der Karteien von der Fakun-Aufgann-Zilam haben. Wenn wir in Afghanistan sagen, dass wir in Kurdistan leben können, dann können wir in Afghanistan leben. Wir wissen nicht, dass wir in Kurdistan leben können. Wir wissen nicht, dass wir in Kurdistan leben können. Wir wissen nicht, dass wir in Kurdistan mit den Wien bedeuten. wenn die Jungen die ein Wir haben die Menschen mit den Menschen versuchten, die sie vor uns zu schnauhen, die sie in den Menschen in den Flügel kommen. Die Menschen haben die Flügel in der Flügel und der Flügel in die Flügel und die Flügel in der Flügel sind, sie haben die Flügel und die Flügel zu verdienten. Die Gewöhnung in der Kürst-Kürstin, die die Kürst-Kürst und Irak haben, hat sich das Geld für die Kürst-Kürst-Kürst-Kürst. In der Umgebung, die die Kürst-Kürst-Kürst-Kürst und die Irak sind, in den Kürst-Kürst-Kürst-Kürst-Kürst ist, wo wir die Land der Patröl nicht entdecken, weil wir die Lande nicht mit dem Petröl schießen. Also, wenn wir die Lande nicht mehr wissen, dass wir das Lande nicht mehr machen können, wir leben es nicht mehr. Wir leben es nicht mehr, sondern wir leben es nicht mehr. Wenn wir das Lande nicht mehr machen, dann wird das Lande nicht mehr gehen. Die Elektrik ist immer noch eine Elektrik. Also, bis jetzt in den letzten Jahren, es gibt auch die Elektrik, die Abur, die auch die Siasse sind. Es gibt auch einen Modell, der wir die Elektrik haben. Die Praxis gibt es in der Regierung und der Regierung. der politischen Regierung, die Mitglieder der Kirchstanz erzeugen sind, in der Kommissionen der Demokratie. Die Mitglieder der Kirchstanz der Kirchstanzbülle sind, die die Kirchstanzbülle, die die Kirchstanzbülle, die die Macht und die Macht im Betröl, die Menschen in der Mösel, die Menschen in der Kirchstanzbülle, Aber wir haben in Kurdistan ein Modell für die Wahl in Irak und in Baghdad. Wir haben hier in Baghdad und in Kurdistan ein Modell für die Regierung in Irak geöffnet. Ich sage es, dass die Bandeur immer wieder in der Lage ist. Wir wissen, dass alle Menschen mit dem Mosel und dem Mosel sind, die Menschen in der Nähe der Kirche sind. Wir wissen, dass die Irak nicht die Nutzung nicht die Nutzung. Ich weiß nicht, dass wir die Zeit an diesem Plan haben, die die Muslimin einzuschränkter, sondern wir haben, dass es die deutsche Bürger, die die Muslimin in den Krieg, und die die Muslimin in der Lage sind, die die Menschen in den Irak kommen. Die Moral ist die Gruppe der Schengel. Die Schengel ist ein Tor, aber es ist ein Tor, und die Kurden in die Verlangen haben, die sich um die Kürze an und die Schlechner anwenden, die sich um die Schlechner zu machen. Das ist die Schlechner, die sich um die Hürden zu machen. die sich um die Schlechner zu machen. dass die Regierung ein paar Worte ist, dass sie zwei Worte sind, und die Regierung in die Westfache waren, dass die Regierung nicht mehr angetan, dass sie nicht mehr angetan hat, sondern auch die Tatsache, auch die Kurdentie-Wizideen. Denn sie haben keine zufrieden, Eine gute Idee, die die Kinder die in der Kirche haben, die sie in die Kirche haben. Als die Kirche die Kirche befinden, werden wir in der Kirche in der Kirche gezogen. die Menschen in diesem Ort sind nur ein Foto. Ich bin der Türkei. Aber das ist das erste Thema. Wenn es der Türkei aus einer Freiheit gibt, dann muss die Türkei aus dem Motoren kommen. Ich bekomme die Türkei, die China in der Türkei gibt, die in der Türkei ist, die der Türkei ist. Ich kann das nicht vorstellen. Auch die Systeme Kapitalismus und die Systeme ist im Ideal-Verhältnis. Die Systeme ist bewusst, dass die Schauspieler und die Schauspielerinnen, die einen Europäischen und die US-Verhältnis, die Systeme Kapitalismus, die sich für die Schauspieler befinden. Es gibt auch eine Alternative Medien, die Menschen in Kurdistan sind. Das heißt, in diesem Jahr, in der Jahrzehnte, die Menschen in der Zeit haben, die sie mit der Zeit verabschieden, ihre Begeisterung und ihre Begeisterung und ihre Begeisterung und die Begeisterung. Das ist ein System, die eine Radikale Demokratie zu verabschieden, die auf die Weg zu gehen. weil sie auf der Wahl gewohnt sind, dass die Zettelung der Kurz-Zartik informiert, die die Kürtländer der Städte der Kultur-Kurdistin durch die Politische Partei der Kürtländer die alle der Städte der Städte der Städte beschreibt, dass der Städte der Städte auch hier die Städte der Städte verbreitet werden. Der Schwanz der Städte in Honduras hat sich in 5 Jahren angeboten. Es gibt keine Abkommen, keine Abkommen zu können, die es nicht mehr gibt, sondern die Abkommen sind. Es gibt keine Abkommen, die es auch die Abkommen, die die Einwände, die uns einen Aufwärtskosten zu verhindern, die wir in den Kursen der Stuhl-Aktat haben. Mein Mann, die Abkommen zu sehen, ist eine Abkommen der Welt. Die Abkommen ist nicht in den Abkommen. Wir stellen uns auch an den Abkommen, Ich sage es, dass wir in der Kranie der Welt über die Kranie auf die Kranie der Kranie aussehen, dass wir in der Jahr 2011 die Kranie auswählen, die die Kranie in der Kranie und die Hundurie-Malbete sind, und wir haben die Kranie mit dem Kranie in der Kurdenland geöffnet. Aber das ist jetzt ein Kranie. Wenn die Verhölung in Kurdistan passiert, dann muss man den letzten Jahren einigen. Wenn die Verhölung in Kurdistan nicht einig ist, wenn der Verhölung in Kurdistan nicht so weit ist, wenn der Verhölung in Kurdistan nicht so weit ist, es gibt keinen Fall. Ich bin der Verhölung in Kurdistan. dass die Frauen in die Frau aus dem Arzt auf der Karte sind. Ich denke, dass es eine gute Arbeit ist, dass sie die Frauen in der Karte auf dem Wegkanteln und die Freizeidigung der Jungen auf dem Wegkanteln und das andere Menschen haben, die sich in der Nähe von der Familie um die Frauen zu denken, dass sie eine Modele von der Korte-Abdollah-Ojlan und wir wollen wissen, wenn wir Anhaltsamen, also die Wahrheit der TTI und den neuen Kanäle haben, dann wollen wir auch auch sagen, die wir in Deutschlandlis und die Gemeindenkommunien haben, als wir da nicht nur die Divisionen und die Welt finden, den wir aktuellen, die K unutkbench, durch den Kapitalismus kamen und damit zu sagen. Und jetzt schon werteilen wir den Koaligten Roshulaten, den Irak und den Kurden, wie die Stadt und die Stadt der Kabel in die Stadt die Kapitalismus eine neue Modelle, die sich in der Stadt anzitzen, die sich in der Stadt einverstanden ist. Als die Studie in der Stadt der Stadt einverstanden ist, die sich in der Stadt anzitzen, Wenn ich nur in der Stadt einen Tag in die Stadt, die Kürtische 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 in die Stadt einverstanden ist, dann kann ich diese Beweisungen an sich an, dass ich so gerne noch nachgegenwirte, ich muss zum nächsten Mal sein, Ich habe gesagt, dass die Kürt nicht ein Kurschrafen ist, dass die Kurschrafen nicht ein Kurschrafen ist. Das ist ein ganzes Vergnügen, das ist ein Vergnügen, das dabei ist. Das ist ein Vergnügen, das ist ein Vergnügen, der klassische Kliegen, der Konzervative ist. Nein, das ist ein Vergnügen, das ist eine Vergnügen und die Vergnügen. dass sie sich nicht mehr als die Erwachsenen verbinden und nicht mehr als das die Erwachsenen gibt. Die Kirchen sagt, dass sie alle die Erwachsenen sehen, und sie sagt, sie haben das die Erwachsenen geschehen. Das ist die Erwachsenen und die Erwachsenen. Er sagt, dass sie sich nicht mehr als die Erwachsenen von Kürt wie ein Kürt, und nicht die Gerichte oder die Gerichte, sie haben sie überlegt. Denn zum Beispiel haben wir uns mit dem Schengel oder der Gewü事, das zu diesem Problem ist. Wir können uns mit Gerichte auf diese Mosaike auf die Masseher zu kommen. Aber sie haben auch die Bewerber auf der Telefon, die sich auf die Türkei befinden. In der Zeit, in der Kirchner Kirchner, die Menschen in die Kirche sind, die die Gefühle, die die Gefühle und die Gefühle der Menschen, die die Gefühle, die die Gefühle der Menschen, und das Erwachsenen, das Erwachsenen, die sich in den Schwerken und der Schwerken, die die Führung des Erwachsenen entdeckt. Das ist eine große Herausforderung für Kurdistan, die sich in den Bandschrafen befindet, und die Atmosphäre und die Tegene und die Bandschrafen befindet. Wenn man die Kurden und die Kurden befindet, wenn man die Kurden, die Kurden, die Kurden, die die Liberale und die Kurden befindet, und das ist wichtig, dass die Aufmerksamkeit durch die Überlegung von der Naseis und die Aufmerksamkeit bei der Naseis Einfach nur an die Aufmerksamkeit, die die Kapitalismus analysiert, die die Kapitalismus, die die Welt verletzt und die Welt, und die auf die Linie und die Dynamizm unter der Naseis und die Analyse und die Welt, die die Menschen unter der Naseis und das ist diese Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal an die Genossin, dass sie hier so spontan eingesprungen ist. Und ich glaube, dass die Frauen in Rojava und in ganz Kurdistan, die kämpfen, nicht nur ein Vorbild für die Frauen in Südkurdistan sind, sondern für uns alle.